Also Uli, hier habe ich für Dich die marinierten Karpfleischscheiben angerichtet mit einem Frühlingsgemüse, da ist ein grüner Spargel dabei, da ist eine Zuckerschote dabei, eine Kirschtomate, da ist ein ganz junger Blumenkohl mit oben drauf, eine ganz leichte Thunfischcreme, ein Thunfischschinken, der ist gepökelt und geräuchert, das ist dann das Zweierlei vom Thunfisch. Dazu habe ich mir noch ein paar Gartenkräuter geholt, ein bisschen Dill und ein bisschen Rettichkresse, einfach für die Farbe. Das ist mein Teil zum Ostermenü, jetzt ist die Frage an Dich, was Du mir eigentlich eingeschenkt hast hier zum Thunfisch und zum Kalf. Was gut ist, ein Pinot Blanc, fruchtig, cremig, weich, wunderbar, zu Deiner Vorspeise. Ich würde sagen, wir haben alles richtig gemacht. Prost! 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 Prost!